Oh, wie süß! Geil, ja. Ich spüre sie in dir. Ich spüre die dunkle Seite. Nutze deinen Zorn. Akzeptiere die Dunkelheit. Komm zur dunklen Seite. Lass es zu. Spüre ihre Macht in deinen Adern. Nein. Er versteht es nicht, wa? Er versteht kein Nein. Er dreht Unsere Arbeit ist getan. Jetzt ab nach Hause. R2-D2, du bist erwacht. Du hast was entdeckt? Schämlich, mich so zu nennen. Kannst du Luke finden? Wie? Ja, alles klar, Kumpel, warte. Ah, die Karte ist nun vollständig. Luke! Oh, mein treuer Freund, ich hab dich vermisst. Ich hab dich vermisst. Ich hab dich vermisst. Ah. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, wie gesagt, es ist doch okay, jetzt kommt noch mehr. Ja, wie gesagt, es ist doch okay, jetzt kommt noch mehr. Oh mein Gott, kommt noch was? Ja, das sind ja die kleinen Clips sind lustiger als fast jede Stelle im Spiel. Okay, das war es jetzt aber wirklich. Das wagt ihr nicht. Okay, das war es jetzt aber wirklich. Das war es jetzt wirklich. Alles klar, ich habe 25% geholt. Das ist für mich okay. Ja, Leute, danke fürs Zusehen auf jeden Fall erstmal. Ich fand es ganz cool eigentlich das Spiel. Hier und da haben wir auch schon besprochen, gab es ein paar Längen so, also, dass da ein bisschen gestreckt worden ist, so von den Levels her. Ähm, ja, warum nicht? So, ist okay, ist okay gewesen die Levels. Ansonsten war es ganz geil, ey, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Euch vielleicht ja auch. Schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst, wie gesagt, nochmal ein Like, da würde mich sehr, sehr freuen. Checkt auch gerne mal meinen Instagram und Twitter ab, um auf dem laufenden Stand zu sein. Denn, ja, jetzt so die nächste Zeit ist ja eher so Flaute. Da kommt ja irgendwie fast gar nichts raus. Sommerloch halt wie jedes Jahr. Und, ähm, nach dem Sommerloch geht es halt dann richtig los, was da alles kommt. Da kommt dieses Jahr noch so, so viel. Mafia 3, wie weißt du, das neue Destiny Update, Upgrade, Add-On, Call of Duty, Battlefield 1, Watch Dogs 2 und so weiter. Ihr wisst ja selber, was noch alles dieses Jahr kommt. Das findet ihr alles natürlich hier auf dem Kanal. Deswegen, wie gesagt, abonniert den gerne oder bleibt erhalten, wie ihr möchtet. Ich danke fürs Zusehen. Wir hören uns in anderen Videos. Haut rein und tschüss.